Grüß euch, hallo, grüß euch, hallo, grüß euch, grüß euch, hallo, servus, ass, us, fuß, bus. So, the wheels and the bus go round and round. Willkommen, willkommen zum ersten Duell des 8. Finales. Achtel finales. Finale. 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 Finale der 8. Ja, was gibt es dazu zu sagen, also Girona ist das erste Mal dabei in diesem 8. Finale. Porto ist schon das zweite Mal dabei, aber im Viertelfinale war noch keiner dieser beiden Mannschaften, das heißt, es wird ein erstes Mal werden. Die Frage ist, wer? Spanien oder Portugal? Ja, aus meiner Sicht kann ich natürlich nur hoffen, dass es Girona ist. Wir stehen ja noch mit Schulden da. Trotz des Aufstieges. So. So. Let's. Let's. The party begin. Entschuldigung. Mal wieder von links nach rechts. Porto von rechts nach links. Und sie beginn den Schwung voll. Einen, der weiß wie es ist im 8. Finale zu stehen, Tolisso, aber schon im Finale mit Bayern. wortwörtlich ja wer spielt jetzt hier auswärts wäre daheim ein schöner abstauber ich bin gespannt ob der je bei uns irgendwann hier einlaufen wird das hat sich durch aber ja aber schöne aktion wieder von girona also ich muss sagen es ist ein motto es wird gerade sagen präsentiert sich hier ziemlich gut das weiß aber glaube ich knapp weil es dir lieb war aber das waren jetzt zu viele beine das könnte die erste gerdekarte im spiel sein oh ah genau machen wir mal schneller weiter abstoß wahrscheinlich bei Daniels was der gott sei dank auch ja sie versuchen schon früh zu stehen das gefällt mir sehr gut oh das geht nicht aus so jetzt akubaka keine diskussion es ist eben die frage werden sie einen einbruch kriegen oder nicht oder solche euch passen das ist da empfangen wo war 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 Das war's. schön von corona auf der seite da jetzt schön gesehen da kann man ja mal probieren der fischl ist in die kinder will be a minimo zu minuten ja 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 ausgleich wieder sehr schön von corona auf der seite hier heinig ja man kann sagen die eine top chance die sie gehabt haben die machten sie auch ohne jetzt böse zu sein da hast du aber recht ja aber corona liefert eben sehr gute leistungen deswegen kann er sich eigentlich auch nicht in die startelf bislang spielen weil er wirklich harte konkurrenz hat ja bei ajax ist er besser angekommen kann man sagen aber er hat es auch schwer wie gesagt ich glaube die letzten zwei spiele gar nicht zum zug gekommen vielleicht importe das jetzt mit dieses tor das war das war Boah, da nimmt das Oh Oh man Tollizio Ja, aber Porto startet gut in dieser Abzeit Macht das eigentlich, was Cirona 1.30 gemacht hat, früh stören Oh Aber China wird jetzt kommen, statt Marega und Corona wird nach vorne noch gehen. So, hier gibt es einen Doppelwechsel. Danke, danke, gut und selber schön, dass du wieder mal zuschaust. Oh, Mom. Oh, der läuft nicht weiter. Schön. Schön. Oh, sehr schön. Kein Problem. Auch er bringt relativ gute Leistungen. Aber wie gesagt, Corona auf der Seite von Brahimi sind eingespielt pro Porto im System. Ja, ein Unentschieden wäre zumindest wünschenswert und verdient. So. Ah, shoddy. Shoddy. So, letzter Wechsel. So. Freut mich jedenfalls, dass du wieder mal zuguckst. Ist ja auch nicht selbstverständlich im Sommer, wenn man so viele andere Aktivitäten machen kann. So. Oh, tut tut tutu. Oh, das war auch uhr abgedrängt, oder? Ja, man ist ja nicht klar. Oder gibt da noch vielleicht eine Möglichkeit? Oh, du Trottel bleibt jetzt stehen. Aha, statt dass er weiterläuft. Der Referee hat gesagt, dass es ein Minimum von drei Minuten wird. Aber wenn das nicht so gewollt war, war die Aktion gut. Gut mitgenommen aber. Gut mitgenommen, ja. Dann fangen wir uns zu deinem Kassiers. Ja, 2 zu 1 endet jetzt dieses erste Spiel. Jetzt haltert man natürlich. Ja, aber es ist noch nicht gegessen. Das Auswärtstor hat man. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig zu erwähnen. Ja, who's next? Ajax gegen Dortmund. So, mal sehen. Hartes Los für Ajax diesmal. Der BVB spielt in einer sehr bestechenden Form diese Saison. Ja. 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 Janik, ich hoffe, du siehst heute noch einige gute Fußballmatches von uns. So nicht. Und los geht's. Los geht es. Ja. Der Ajax letztes Jahr bis ins Halbfinale durchgedrungen. Ja, wäre es eine Schande, wenn sie jetzt nicht so weit kommen würden. Das ist die Frage. Ja, würde ich nicht sagen. Dreimal schon dabei gewesen zum Achtelfinale, also auch gut etabliert. Genauso wie die Dortmunder. Ich würde daher sagen, auf jeden Fall zählen beide zu den besten 16 Teams, die wir da in der Champions League haben. Ja. Ja. Ja, also, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf oder nicht. Ich wurde gefragt, ob wir FIFA 20 auch spielen werden. Ich wurde gefragt, ob wir FIFA 20 auch spielen werden. Nein, nein. Was kann man dazu sagen? F***, Alter. Zu viel. Ja, wir haben es... ...zu holen. Vorbestellt ist es schon von meiner Seite aus. Ich glaube, du auch, oder? Ja. Wir sind alles vorstär. Boah. Und wir wollen dieses Format auch weitermachen. Boah. Boah. Genau, übernehmen gleich, Bürki. Oh, da hat sich einer verletzt. Ich hoffe nicht. Aber scheint so. Haltet sich die Hand. Ich glaube, Alka sehr... Das zweite Mal schauen, oder? Nichts mal weitermachen. Na, das ist früher gar nicht spiel. Alter. Alter. Ja, wie gesagt, FIFA 20 holen wir uns fix. Möchten auch das Format Champions League weitermachen. In welcher Form wissen wir noch nicht. Ob wir einfach so weitermachen wie bisher. Und einfach alle Transfers übertragen oder nicht. Das muss erst alles intern besprochen und abgeklärt werden. Aber bis dahin sind noch ein paar Champions League anstehend, sage ich mal. Da gehen sie noch ein paar aus. Was? Haben wir es jetzt an Mittelfeldspiegel? Boah. 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 Siehst du, der gegenüber van der Beek heute den Vorzug bekommen hat? Ich weiß einfach nicht, welcher der bessere von den beiden ist. Boah, das ist ganz schwer. Ich glaube, ich sehe das gleiche Niveau. Dann hat das van der Beek mehr das spielerische Assist gewesen zuerst der vielleicht das allein mehr probieren kann und mehr machen könnte. Ja. der mehr Tore macht auf gut Deutsch. Ja. Oh. Schade. Oh. 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 Scheiße. Scheiße. Hm. Ah. Pagali. Pagali. Jetzt mit der Führung. Jetzt habe ich wieder nicht gefragt. Wer auswärts und wer daheim spielt, aber egal. Daheim spielt Ajax. Dankeschön. Dankeschön. Somit hat der Dördmühn dann aus Mürburztur. Mürburztur. Ja. Ja. Reuss Viertas ist, da man wirklich der um und auf der Zeit bei Dortmund ist. ist. Okay, das gibt dann Freistoß. Nehmen wir. Boah. Scheiße. Voll umknietet. Götze, den hast du auch nicht oft spielen gehabt. Bis jetzt, gell? Nein. Oh, schade. Das wäre ein super Angriff gewesen. Oh. Okay. Wer hat sich nicht richtig durchsetzen können? Wer hat sich nicht richtig durchsetzen können? Wer hat sich nicht richtig durchsetzen können? Oh, da kommt nicht dran. Ja. Zum Glück habe ich nochmal Alkasea. Schildet noch. So. Zweiten Wechsel werden wir aber gleich durchführen. Der Neuzugang aus dem Sommer. Die kommen vom Sotetat. Ja. Na gut, machen wir auch einen Wechsel. Ja, es ist eigentlich ein recht gutes Spiel, muss man sagen. Es ist mehr Mittelfeldgeplänkel. Einmal hat Dortmund hier Tiki Taka, sag ich mal, aufbauen können. Aber würde nicht sagen, dass sie hier eine Übermacht sind. Das ging auch jetzt. Boah. Schön durchgesetzt. Alter. Ja. Hoppala. Jetzt halt am taktischen. Da ist auch sehr viel Goldwart hier. In der Dortmunder der Defensivung. Oh. Oh. Oh, dort hat sich einer verletzt. Oh, das... Ich habe eine Verletzung. Man braucht. Oh, Schein, gib mir mal mal den Pass. Keine wieder, das verstehen wir noch nicht. Ich bin alle hinter dem Spiel. Oh, was wird das jetzt? Hm. Könnte jetzt weiter sein. Na gut, zisch, kann man ja, haben wir einen guten Ersatz, dann machen wir auch gelbe Karte, taktische Wechsel, somit haben wir erledigt. Und jetzt. Und jetzt. scheiße dortmund gesteckt was getan hat das schöne aufbauspiel wieder ein moment der dortmund heiheiheihei fünfter assist von Reus fünf Tore, fünf assist Reus ist das um und auf Sie sind sich aber überhaupt nicht. Zu zögerlich. Oh mein Gott. Aber Sie kommen zu schossen. Das lässt nicht so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hätte das wichtige Auswärtstor sein können. Ja, da ist es. So, mach das gut von vorhin. Oh Gott sei Dank. Das war sehr schön. Sehr schöner Pass von Salvia, der aus am 4. Das war ein sehr schöner Spielzug. Und sie retten sich hier noch vielleicht. Ja, Dortmund ist ein bisschen eingebrochen in der zweiten Hälfte dann am Schluss. Ja, 2 zu 2 endet dieses Spiel. Ja, das war ein gutes Spiel. Nach dem 2-0 habe ich schon gedacht, oh oh, das wird schwer werden. Aber dass Sie jetzt noch einen unentschieden Last Minute holen, das ist natürlich super. Ja. Ja. Ja, wie lange geht das Abenteuer für den entscheidenden Trainer hier weiter? Ja. 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 Vielen Dank. 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 Nein. Ja, das stimmt. Okay. Und das war... Oh, das war... Oh, das war... Hmm... Oh, das war... No... ... ... Oh, das war... 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 Ohoops. 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 Sehr schön. Das war wichtig. Zu lange gezögert. Aber Papa. Haben wir uns besser als? Ja, ich weiß. War fast eine Win-Win-Situation. Ohoops. 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 Man kann zufrieden sein da, weil, ja, eigentlich nicht, weil man hat ja eigentlich das Tor am Fuß, aber für den Rückstand geht das Spiel, glaube ich, in Ordnung so. Wieder 2-2, auf jeden Fall. Bis jetzt nur 2-2 und 2-1 eigentlich. Ja. Gut, jetzt kommen wir in, glaube ich, das erste Riesenschlager-Match in dieser K.O.-Phase. Real Madrid gegen Bayern München. Real Madrid hat aber einen kleinen Hänger, die bleiben bislang immer im Arsenal-Finale hängen. Und wie weit Bayern gekommen ist, wie sie im Arsenal-Finale waren, wissen wir bislang. Die sind durch, manche einfach mal. Er ist kalt. Er ist kalt. Vielen Dank. Genau, so. Vielen Dank. Oh. 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 Was? Oh. 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 Ja, bevor ein Tor fällt, wer spielt Auswärts und wer daheim? Da spielt man Blitz, auswärts zu baggern. Okay. Oh! 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 schade drei paraden schon kurz war viel zu tun gegen die bayern das war der 27er drück alles geplant und auch 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 schon nachher da bleibt sind hmm Ok Oh 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 der liegt noch immer Oh 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 da ist ein Platz Ja Oh Er hat den Zusammenstoß mit Hmm Hmm Plemontovs geht doch nicht gut vertragen Ah Warum geht er nicht ins Tor zurück? Das ist gut Ja Das wird doch nichts Ja Nichtsdestotrotz kann man Football in Front Wahrscheinlich mal in der Halbzeit Ja 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 Patrick Ist dieses so richtig stark? Ein viertes Tor schon Ok vor der Pause noch eine Umstellung Ah ja der Verletzung Gedrückt Ja ich habe das schon gedrückt gehabt Ich werde das eh in die Pause rübernehmen Weil das Bissi ratlos jetzt Wobei das Oh der joggt gemütlich hin Ja er hätte Blocker ins Vorlauf Weil sie locker ausgehen Ja Nummer 11 James Brot Reven Ja Oh Wollen wir jetzt Machen wir Visiko oder Ja 1-2-Risiko Oh Gut wir schalten auf eine Dreierkette hinten um Das ist Obwohl sie gesehen Zu viel Gangfahrt geht jetzt mehr Oh Ja 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 Oh mein Gott ich merke dich hätte ich zum Kind müssen Ja Muss ich dann schwind hin Wichtiger ist als alles hat nur Das Moment Wenn Mein Champions League ist Man muss ja Paritäten setzen Na ein bisschen geht noch Ja Ja Ich glaube ich würde zwischendurch mal müssen Ah ok Ja Ja Heute geht das Team auch nur bis 9 Hast du glaube ich noch nicht erwähnt Nein stimmt Oh 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 Ja Auf dem Transferzettel wird schon wahrscheinlich still und heimlich ein Torwart notiert Na hab ich einen zweiten weißt du nicht Oh Aber da war halt schon man Der Reflex war gut Gut Ich verabschiede mich kurz Ich komm gleich wieder Ja was geht's 2-0 Bayern Ich hab Ich hab Ja Ich hab Untertitelung des ZDF, 2020 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 Naaah Naaah Naaah, schön Jetzt weiß ich warum er nicht die Nummer 1 ist Warum? Ah ok, da war er noch dran Ich dachte er hat drüber geschossen Naaah Sehen wir noch dann auch Die Führer sind ziemlich gut Oh 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 Shit Alter Alter Benzema Schön Schade 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 Oh Oh Bales Er Hinten Ja Ja War gut Schade Starke Spiele hoch Na gut. aber zuerst muss ich noch kurz ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, I'm back Untertitelung des ZDF, 2020 So, I'm back So, I'm back here So, I'm back here No, I'm back here So, I'm back here So, we build this city We build this city of rock and rock ja zweiter mal dabei jetzt die machte gerade manchester city auch manchester city hat einiges vor nehme ich an war wissen du ist nett oder ja vorher haben wir ja vorher dummer immer was haben Der Titelverteidiger. Der. Okay. Ich bin gespannt, wann das mal zum Tragen kommt, dass ein Titelverteidiger noch einmal das Double holt quasi. Also den Titelverteidiger. Genau. Boah. Super cool. Ist ja noch möglich. Ist noch möglich. Puh. Ja, hartes Los für Leo natürlich, aber... Dieser Weg... Ja, hartes Los kann aber auch für Manchester City zutreffen. Ich finde, sie sind nicht so fulminant in der Gruppenphase gewesen wie letzte Saison. Haben sich quasi last minute noch qualifiziert. Dann haben wir es aber auch sagen, trotzdem nur eine Niederlage passiert in der Gruppenphase. Ups. Ja, war trotzdem zu. Viel hat man zittern müssen. Und wo spielen wir jetzt? Manchester City spiel aus jetzt. Wir spielen den Fernandreich bei Leo. Okay. Wui, wui. 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 Jetzt schnell, geh durch, geh durch. Danke. Ja, Dottie, drei Schossen, drei Mal gefährlich gewesen. Ja, schöne Fasskiss. Ja, jetzt ist Manchester City am Drücker. Da geht es da. Ja. 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 Und davon ist eine reingegangen. Oh, der Fäustet weg. Oh! Oh, der Haken. Oh, das ist nach hinten. Ja. Aber alle. Na, man sieht es auch an der Statistik. Man sieht es nicht spielbestimmend. Fehlt auch nur das Tor. Ich muss sagen, während letztes Jahr fast alle Manchester City von Sterling, Bernardo Silva, der Bräune getroffen haben. Das ist ja bislang alle Tor, aber nur Tote geschossen. Ja, und der hat aber auch bisschen weniger geschossen. Naja, hat schon viel. Boah. Jetzt aber. Und jetzt ist der. Der Bräune. Der Kapitän. Drift. Jetzt hat es mal geklappt. Jetzt muss man den Schwung mitnehmen. Oh. Glanz dort. Ah, die B. Wunderbar gemacht. Und der Rot. Nein. Die B. Ich habe jetzt eigentlich gedrückt, dass der. Tor war da ab. Dann ist der Spieler ausgerutscht. Naja. Oh. Oh. Schön, Lopez. Der und er auch, natürlich. Bislang ein großes Hindernis. So, die Treffer Nummer 8. Dottie Long, Shane Dottie, finde ich cool, das ist eine große Ehre für Dottie. Bislang ist es auf jeden Fall so, er prüft belieben und das in allen Situationen kann man so entstehen. Oh. Mal schauen, ob er das jetzt schon weiter bringen kann und wie lange erhalten bleibt. Kommt auch natürlich darauf an, wie die Physik dann im nächsten FIFA ist. Genau. Oh, 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 oh. Ich hab jeden Tag. Marius, der neue Mann am Feld. Oh, meine Ahnung, was ist jetzt gewesen? Oh, wie dick. Oh. Oh. Oh, meine Ahnung. 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 Oh, wie kann der so hängen bleiben? Der Ball, das verstehe ich nicht. Ah, schön auf die Beine noch gespielt. Oh, meine Ahnung. Oh, meine Ahnung. Gott sei Dank. Oh, meine Ahnung. 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 Ja, 2 zu 2. Verdient, verdient, verdient aus Sicht von Leon. Ja, die B ist sehr schönes Tor in der 3. Hat er erzielt. Mit dem Solo da Wird spannend im Rückspiel Ja, hoffentlich zeigt wieder eine gute Leistung So, kommen wir zum nächsten spanischen Duell gegen ein englisches Team Aber diesmal Atletico Madrid gegen Stout Hampton Ah Wenn du das willst, dann musst du es sagen Wartet schon Wenn ich rauswärts So So Atletico neu dabei, gleich das erste Mal ins Achtelfinal geschafft. Auch die Gruppe relativ gut rüberstanden. Bis auf das Auftaktmatch. Ich glaube zwei Sieger, zwei Niederlagen waren es. Ja, mal schauen. Außer da hinten ist der ein starkes Team, was wissen wir? Ja, der hat auch ein bisschen schwer getan am Anfang. Ja, das könnte vielleicht ein kleiner Vorteil sein, dass Sie heuer sich, wie du sagst, schwer getan haben reinzufinden. Alles nicht so locker von der Hand spielen, wie sonst. Ja, ich spiele so am besten, dass ich so hier besagen. Wird aber hier wahrscheinlich seine letzte. Oha, schon wieder. Ja. Ah, das ist gut. Keine Konstanz, also. Im Lebenslauf des jungen Mannes. Ja, sehr gut, das ist so gespielt da. Möchte man ihn woanders haben. Jetzt hat dann, dass die Koalition ja eher in den Krieg gesetzt. So, wir tun das zweiter Treffer. Auch wenn das Tor gefallen ist, wer spielt auswärts wieder heim. Das merkt man es nicht. Abnehmen Sie wieder heim. Das ist gut. Das ist gut. Oh, schon wieder heim. Ja, so schon. Ja. Oh, wo war das jetzt hingekickt? Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Na ja, so lange nicht einer ist, der in der Bau steht, der schon gelb gehabt hat. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh schön Ausgleich Super Treffer Und der 8er Treffer für ihn Unbelieferbar Und damit zieht er auch mit Focci wieder gleich mit Focci wieder mit Focci wieder Oh Boah Alter Da gibt es nicht mehr irgendwas Zuerst zurückhalten Tankfault Nichts Bonsen Hetwick Ja Das ist ein Wahnsinn Neuntes Tor Long Das ist ein Wahnsinn Das ist ein Wahnsinn Schiff Oh, nein. Look at him! Der Fortschritt hat sich gezeigt, dass es ein Minimum 3 Minuten wird. Weiter! Yes! Ending drift! Sechster Treffer! Nein, Grund warum er geht, weil er seine Nummer 13 nicht bekommt. Nein, ist noch nicht fix. Aber 80 Prozent. Jetzt fehlen die letzten Details im Vertrag. Halbzeit! Eieiei! Ja, Atletico gut gestartet und dann seitdem 1 zu 1 ein bisschen unter die Räder gekommen. Und ein starker Long. Der wieder ein hervorragendes Turnier spielt. Er hält bei 13 Scorerpunkten bislang. Und in seiner ersten Saison hat er 15, ist er damit top gewesen. Letztes Jahr war es Torte mit 8 und auf jeden Fall auch Nummer 6 eigentlich. 5, Entschuldigung, 113. Kann er mal rechnen, leider. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Aber tun wir's schönreden, 4-1 ist noch nicht viel. Wer was macht, Leute, die Chancen, die man kriegt, Wabler. Gott sei Dank, es geht nicht alles rein von ihm. Alter. Alter. Awesome. So, go. Oh! Oh, damit war ich zu überrascht. Jetzt geht's... Jetzt geht's... Jetzt geht's... Danke. Du gehst da mal? Du kommst da mal. 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 So, bitte, Flicklores. Paris spielt daheim, Juventus Auswärtser. Danke, vielleicht merke ich mir das mal. Mein Notizblock ist geflogen, Freund. So. 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 Heute wird Chichino mal nicht spielen von Anfang an. Paris daheim hat Anstoß Danke fürs nochmal erwähnen, Paris daheim, damit er nicht so deppert fragt wieder dann in 5 Minuten. Paris letztes Jahr weit gekommen, eigentlich bis ins halb oder vierte Jahre jetzt? Was? Was? Was war jetzt? Was? Oh mein Gott. Wir sind halb schon mal gekommen. Da fing Manchester City rausgeflogen. Ja, Juve auch, bislang immer die Gruppe überlebt, aber nie weiter ist es Achtelfinale gekommen. Ja, und da könnte man gleich hinten nachlegen. Oh. Georgi. Kriegt der Nemmer. Ja, der kriegt den Nemmer. Oh. Ja, schön. Nein. Alter. Alter. Das gibt's nicht. Oh, Gott sei Dank. Oh, Goalie. Ich dachte neben den jetzt. Oh. Oah. Oh, wie sie bei Rocket League immer so schämen, wie geplant. Leimanns zweiter Treffen. Diese Zellen. Der wird ewig weiterleben bei uns in der CL, egal ob er spielen wird oder nicht. Ja, das war jetzt nicht so abgestopft gewesen. Das ist ein sehr offensives Mensch. Schade, dass er mir jetzt nicht aufzertet hat. Ja. Wobei ich glaube, das wäre nicht genug gewesen. Manchmal in Cloubert. Ach so. Dann haben wir den Ball dort liegen. Aber ich glaube, jetzt bin ich nach wie vor noch fasziniert. Na, spiel gut. Aber so richtig schlechter, wenn ich weiß, hat es generell gar nicht viel zu sagen. Na ja, welche, die nicht wirklich angekommen sind. Ein paar dumme habe ich gemacht, wo ich zu schwache Spieler zu einer zu großen Mannschaft geben habe. Zum Beispiel Naysmith. Zum Beispiel Naysmith. Der ESG, warte mal, wo ich spielen, der spielt er bei Real oder spielt er bei... Wegen einer großen Mannschaft, kommt nie zum Zug. Oder Manchester City. Manchester City. Ja, okay. Aber er hat schon mal getroffen. Ja. Ja. Ja, aber das hat ja nichts damit zu sein, dass es so schlecht war. So, das ist hauptsächlich nicht gemacht. Ja. Das ist so ein geiles Lied, oder? Was sieht denn da aus? Jetzt schon. Das war nämlich der Song Premiere von einer Band, die ich ziemlich gerne hätte. Heute. Und da muss ich den hören auch unbedingt. Von the deads aus, falls ihr das was sagt. Gar. Ja. Aus mir ist das bei meiner Band, die ich auch auf der wastingleきens. Boah! Boah! Puppet. Boah! Und wer, glaube ich, so gut spielt, ist die Maria der Uredeljoker. Aber, wer spielt, dann spielt er gut. Also ich lass ihm immer spielen, aber oh! Was ist ein erstes Misch wird bei der Position? Nee, Smith ist Stürmer, kann aber auch LM z.B. oder ZOM, den überlege ich mir irgendwann mal weg zu transferieren, weil ich den unbedingt spielen möchte. Nur das muss ich mir immer überlegen, wohin, wo kann ich so einen Stürmer brauchen, weißt? Also für mich persönlich ist, seit letztem Jahr die Paris die stärkste Mannschaft. Paris? Was in dieser Zähl meinst du? Nein, schon die letzte Zähl. Ich finde das... Ja, weißt du, da habe ich mich entscheiden müssen. Ja, ich weiß. Und gut war es eigentlich rückblickend. Na ja, vielleicht hattest du dir wohl auch mit Paris geschlagen. Ja, stimmt. Aber wenn Paris das Zeug hat für das Sieg, dann wird das ja irgendwann wieder klacken. Oder z.B. hier. Ich habe auf der Bank z.B. Draxler oder Zergolf, die kann auch fast nie zum Einsatz. Weil ich eigentlich Lampert und Rabiot eigentlich ganz gut spielen. Ja, das habe ich bei Liverpool. Jetzt habe ich eben ein paar weg dran gefüllt, das ist so. Und bei Sautenten habe ich eben auch überfüllt. Deswegen überlege ich auch, wie das weg ist. Ich habe bei Liverpool, glaube ich, 7 oder 8 zentrale Mittelfeldspieler. Sag, wie viele Spieler hast du eigentlich bei Roma verloren? Ich habe schon gehabt. Drei. Ah, drei nur. Dachte, das waren mehr. Ja. Checko. Und Paris. Genau. Dachte, das das mehr waren. Aber Checko hat sowieso ansetzt gewesen. Ich habe hier noch ein paar Klassen von mir. Würdest du da noch welche wegtransferen lassen lassen, oder? Nein, ich komme von oben hin zu. Wow Oh my god Never get down Oh Ist der neue Lieblingsmove Bitte? Ist der neue Lieblingsmove Vor den Flanken, keinen Haken zurück Er ist aber nicht dumm Was sollte wirklich zum 20. Mal und so Ich hab das noch keine einzige Flanke nochmal reingekauft hat Das hat mir Flo auch schon gesagt, dass ich das oft mache. Manchmal ist es gut, aber das muss zwar so... Aber manchmal sind alle Spiele überrascht, süß, ja. Oh, ich glaube, ich habe mein neues Lieblings-Dekno-Lied. Save the Rave. Oh! Na, okay, Gott. Na, nicht deine Ernst. Ja, schon weg, Transparenz? Ja, bitte. Kamani wollte es im ersten Jahr weg, Transparenz, und jetzt ist er noch immer Start. Na, ich überlege, ich finde, der bringt nicht ganz so die Leistung. Wahnsinn. Wo? Geiler Reflex. Das hat auch drei Tore wie ein anderer. Ja, schlecht ist er eh nicht. Aber ich glaube zum Beispiel, Mabee geht mehr ab. Füllsmäßig. Ja, aber das ist... Aber Mabee ersetzt ihn ja nicht. Du brauchst da ja auch, oder? Ja, da... Ja, da... Das ist... Ersatz muss ich mal finden. Da? Weil den Schimmer, den ich da jetzt hab, der ist nicht wirklich Ersatz. Na. Was ist jetzt los? so konzentrieren wir uns wieder mehr auf das spiel und nicht auf scooter so 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 oh so 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 Abschluss der Hinspiele. Eins. Ah, das machen wir noch, oder? Für mich. Dann ist die Runde schon abgeschlossen. Das ist ja halt in Barcelona. Gegen den Österreicher. Sochen Hammerlosführer, bitte ehrlich. Mhm. Aber sie haben gezeigt, wie sie ärgern können. So. Genau, da spielt Selinski. Aber ich finde, er kommt da nicht gut zur Geltung. Okay. Ja, bitte. Oder zum Beispiel, da habe ich Morrison hertransferiert, ja? Der kommt zu keinem Einsatz. Ja, ich habe bei Rhein-Madrid auch Klaren Haasler, der hat auch nicht so viel Ansätze zum Beispiel. Oder Torrest, der hat Tor-Einsätze, macht es gut, aber trotzdem, ich wechsle nicht ihm einen Stürmer an. Mhm. Und dann habe ich ihn dieses Jahr wieder, wir gehen von Rhein-Madrid-Leute, er geht von Rhein-Madrid weg. Solange er nicht läuft. So. Und hier spielt er auch gleichzeitig eine der Überraschungen in dieser CL. Fogen. Achso, das ist okay. Nein, nein. Ja, Rhein-Madrid hat am Transfermarkt außen ordentlich zugeschlagen. Er hat sich den ersten ganz großen Namen geangelt, den verratet man noch nicht. Das stimmt allerdings. Oh, wieso legst du nach hinten ab, Barbara? Das habe ich dir nicht erlaubt. Zum Beispiel Stefan Lenko. Das ist auch gut eingespielt in die Mannschaft. Bis jetzt. Ja. Ja. Ja, doch schon. Das ist viel schlechter. Na, dass ich einen Flop transfer bis jetzt gemacht habe, das sage ich jetzt nicht. Hm. Oh. Oh. Nein, oder was? Der Passor. War etwas zu locker. Ja. Da war ich jetzt überrascht auch. Ich meine, so unnötige Transfers denke ich mir dann mal anders. So wie eben Morrison oder so. Wenn sie eh nie zum Zug kommen. Und ich habe dabei auch noch keinen Plan, wo ich sie hingeben kann. Das ist das Problem. Oder Naysmith. Naysmith möchte ich unbedingt halten. Also intern bei den Mannschaften. Aber ich habe noch keinen Plan, wohin. Sauber. Oh. Oh. Ah. Oh. Also ich schaue mir auch immer wieder unsere Bundesliga an, aber ich glaube für die Champions League gibt es da nicht viel zum holen. Kommt drauf an zu welcher Mannschaft? Genau, und was wir brauchen? Der war nicht gut, der spielt ganz gut nicht. Ja. Wer ein bisschen fehlgeschlagen ist, muss ich sagen, war der, wie heißt der, von mir der Deutsche. Der 55er. Der Wangenhans. Ja genau. Der hat sich überhaupt nicht durchsetzen können. Was hältst du, der spielt? Lok. Ja. Habe ich eh extra zu einem kleinen Verein gegeben, aber der hat zum Beispiel kein Durchsetzungsvermögen gehabt. Der ist immer gelegen, ist ein bisschen berührt worden. Ja genau. Ich sage mal, der hat nicht weh, dann kostet 3 Millionen. Wenn ich wieder los wäre, sind es 2. Jetzt habe ich nur ein minus 1, aber... ...oder zum Beispiel, ich finde Sync ist auch nicht so stark diesmal. Aber war logisch, dass die 90er und 80er so gut mithalten können, wie gegen 60er, 70er. Ja, eh. Das sind deutlich auch unterschiedlich. Na ja, Foden. Ah nein, da ist ja über 70, gell? Foden ist über 70, ja. Ich glaube, das ist 72 oder so. Aber es ist auch noch ein Unterschied, 70er und 55er oder so. Ja. Ja, man sieht hier, Barcelona tut sich schwer. Aber es gibt einen, der hat 59er, der spielt ganz, ganz gut mit. Perabit. Na, warte, ich ziehe mich. Oh, ich kann jetzt nicht mehr. Wie ist das? Oh, macht so Spaß. Aber oft sind wir vielleicht noch kleine Namen gerade bei größeren Bessen. Weil? Sie haben mehr eingesetzt worden. Sehe ich, zum Beispiel, ein Naysmith habe ich bis jetzt nicht eingesetzt. Ja. Ich meine, wenn, vom spielerischen her, zum Beispiel ein Langhans muss ich bei Lokomotiv die Chancen wirklich arbeiten. Weil die spielen kann. Weil die spielen kann. Pressing und so. Ja. Wenn ihr zum Beispiel bei Barcelona auf der rechten Seite bekommt ihr schon einen Pass, wo er nicht mehr laufen braucht. Spielen braucht. Und... Und bei mir ist er gut. Zylinski war bei Napoli top, also wie du sagst, jetzt geht's nicht. Jetzt spielt er aber auch eine andere Position. Ja, aber das kann zum Beispiel auch eben das für uns sein. Mhm. Da fällt nicht ein, wie der heißt. Den hast du hart, oder verwechsel ich da jetzt was? Oder zum Beispiel da... Oh, noch 78. Okay. Oder da zum Beispiel tue ich mal schwer bei den Spitzen. Ein Messi auswechseln geht eigentlich fast gar nicht. Ja eh. Genau, der Häuser von Frankfurt. Der hat 58 zum Beispiel. Häuser, okay. Nein, ich sage nicht, dass die von einer Gesamtstärke Schwächeren schlecht sind. Aber sie haben es jetzt schwieriger zu mithalten. Ja eh. Ja eh. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber Cernon zum Beispiel ist auch einer. Das ist sehr gut. Bei Ajax war er aber besser, finde ich. Ja, bekommt aber auch nicht so viel Spiel zu haben, musst du rechnen, wie bei Ajax. Ja, der hat sich zur Sache gearbeitet. Nee, aber er hat dann das Spiel zum Schluss. Ja. Bei mir muss er sich zur Sache arbeiten. Aber Corona ist halt derzeit bei mir angespielt auf der Seite. Ich muss sagen, ich habe auch ein gutes Hähnchen jetzt wieder gehabt als Ersatz. Ja, Salve ist auch top. Ja, Salve ist auch top. Ich habe auch schon 7 Frauenpunkte oder so. Mhm. Ich sage, das kommt auch immer, was ich überfahren auch, das ist so. Wie die Mannschaft ist, dieses, ja, ich bin zumindest ein bisschen anders, schlechter, dann werfen die natürlich weniger. Schön, wie lustig. Ja, 63 mit 9 zu 0. Bislang läuft es gut für Rapids. Ja, vorhin war halt auch sehr gut, das hilft, muss ich sagen. Ja. Dafür habe ich einen Stürmer. Ich habe zwei Stürmer gekauft und keiner funkt so richtig. Ich muss den Altbewerten zurückholen. Von früher. Ja, jetzt habe ich schon, jetzt habe ich schon am Kopf. Dann hat er gesagt, ihn fast hier. Mhm. Ah, ich war schon. Den überlege ich auch, irgendwo hinzugehen. Der hat bei Frankfurt fast kann aber dafür. Mhm. Ja. Weil, wie ich mal die Mannschaft tue. Bitte? Da ist dabei jeden Zucker. Ja. Oh. Ja. 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 Ja, das ist der von Exeter City. Gut ab. Ja. Da habe ich nicht mehr gewesen. Da habe ich bis um die erste Liga. Da sind noch immer Standsspieler. So ist es in der Karrieren. Ich weiß, am Schluss nicht mehr so, weil er dann schon noch alt war. Aber die Unternehmensspieler sind aber so Anweserspieler. Mhm. Zum schonen. Oh, das darf sie nicht machen. Oh, wie bitte. Jetzt hat er sein Tor. Ich bin zu Hause jetzt mal mit 1. Und so. Ich bin zu Hause nach Rekazette. Riesenglück jetzt. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mich nicht vielleicht einmal mit Austria wieder probieren soll. Aber ich weiß nicht, ob sie da wirklich gut mithalten. Ich meine, du kannst mit Rapid gut umgehen, aber ich kann mit den Spieler, glaube ich, nicht umgehen von Austria. Na gut, Foden, sehr gutes Spiel, gespielt. Gut jetzt. Das ist gut gemacht. Gut jetzt. Jetzt sind sie aufgewacht. Oh, oh, schöner kinder. Oh, Gott sei Dank. Kein schöner Sieg, aber ein Sieg. Ja, das war's heute. Macht es gut, ciao, ciao, papa. Ciao. 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 Ciao.